eine ekelhafte drachenbutter ja duke du bist gar kein körper ich weiß ich bin im herzen fox ich bin karsten du bist du ein pass hat sohn und ich werde dich verraten verraten an die chinesen und an russland ist mir scheißegal dicker ich fand von mustang dieser mustang fährt in dein haus deine mutter sagt bei mir wie ein gartenschlauch rauch mauch laus rauch was hat so ein og bleibt untergrund der zerpiss dich du wichser aus mann alter wir warten jetzt schon über 399 sekunden alter ist klar und dann sagen wir so hier ist der katze und wenn ihr wollt könnt ihr mich abonnieren ich habe einen ganz flauschigen katzenkanal auf youtube ich bin's mr flauschiger schno diesen einsprung diesen kopfsprung dass du ins wasser gleitest und ich habe das immer ausgenutzt und das bei situationen gemacht wo dann halt eben boden war und dann hat man für das genick brechen hören ja das war echt immer cool immer direkt erster akt oder so wie das war im ersten level immer direkt ich habe mir mal in dem moment einen runter geholt und kurz bevor die aufgekommen ist wenn wir das knacken gehört haben bin ich gekommen du musst echt durch im kopf digga wie schlimm ist das ist nicht irgend so ne story das ist die realität der hat wirklich im ersten level bei Lara Croft gejisst sidehacks alter was machst du denn der hat wohl wieder probleme oh dieser dumme bastard bengel ne irgendwann fick ich seine elendige jetzt komm du bastard sohn alter sonst töte ich deine hässliche scheiß mutter ja toll alter wie die uke man direkt aufrausten ja weil er einfach dumm ist man wenn nichts drauf hat der junge richtige lusche alter kriegt nicht mal einen hoch vor seiner eigenen mutter was ist das ein penner das sollte man nicht das sollte man auf keinen fall du bist so ein idiot dein vater ist ein idiot alter weil nicht ins gummi geschlupft hat der penner ich lasse mich einfach nicht auf dein niveau herab heute ok dicker mein niveau ist immer noch kein niveau also jetzt mal nur weil duke dumm ist heißt das nicht dass er blöd ist ok ja richtig nur weil ich schwarz bin heißt das nicht dass ich aus afrika komme ich geh runter ja geh mal runter fang mal an zu lutschen ey was geht heute wieder bei euch ja der ist dumm oh mein gott diese kleine nunara Hure jetzt spritz ich in die scheiß maul in die scheiß elfen maul oh gott oh gott oh alter was macht der denn warum ist denn afk der bastardohn alter ich fick nichts in der innenliege 3x er ist jetzt beleidigt ja was für ein affensohn ich höre es jetzt der größte affensohn ja alter wegen dem kriege ich ständig download wegen diesem dummen bastard pennersohn alter ja du musst Kindergamen alter maaan alter jetzt kommt nochmal alter greift doch mal an scheißig naja toll jetzt sterbe ich man oh gott das war allein deine schuld allein deine schuld ja ja du richtig ne ja 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 du kannst du einfach die fresse halten geht das kannst du einfach mal den dreckigen ne man kann sich da nicht mal konzentrieren ach so kann sich konzentrieren hm na los wo ist sie denn deine konzentration hm oh gott ey da krieg ich schon wieder krebs am ganzen körper alter dieses dumme cancer game alter mit der camp kommt was macht troll dieser dumme bastard bengel orc fotzenjäger alter ist denn nicht schon wieder los man ich geh bitte kommt jetzt ihr fotzenjäger alter oh mein gott weil ich der beste bin du komm bitte ja ich komm ich komm ich komm ich versuch die foto zu ganken ah da sind mehrere ja klar aber du kannst auf thrall kommen wir ganken oder nova short bei dich last last short du bist last ach so liegt liegt ja liegt also bombe lag nicht zu short aber ich wollte deinen adrenalinpegel pushen user entered your channel hätte uns locker die runde gekostet aber ok ja aber ich weiß ja du kannst du zählen dann passt das schon gg you're all bad i'm the best ich glaube russen spielen dieses spiel anders gänzlich anders ja du spiel das in einem zustand ja 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 jetzt kram kann ich aus tod ne it e es Untertitelung des ZDF für funk, 2017